Ich meine, wenn man zu dritt ist, kann man gleich drei Ziele wegmachen, ne? Ja, stimmt. Oh, das... Oh, da ist er wieder... Ist das ein Hottehü oder andere? Das ist ja schon ziemlich cool, es brennt sehr lange. So, dann wollen wir gleich wieder R drücken hier. Sehr gut. Ah, da. Da ist das hier. Oh, nein. Jo. Hier ist das Ziel. Ah, sehr schön. Hallo. Da verkrämpft die Hände da drüber immer so komisch. Das stimmt. Oh, ich höre schon wieder welche ballern. Oh, ja. Von der linken Seite irgendwo. Sind bestimmt da hinten hier. Das kann gut sein. Oh, oh. Jo. Auftrag erfüllt. Gute Arbeit. Da hinten ist nur ein Zombie. Okay. Oh, nicht schon wieder so eine Saatenmutter oder so. Wie hieß die nochmal? Ich weiß auch nicht irgendwas. Ja. Aber ich habe auch an Saatenmutter gedacht. Folgendes irgendwas? Ich weiß es nicht. Ah, ja, genau. So, jetzt ist es hier wo er. Okay. Wo ist denn das denn? Bestimmt wieder oben, oder? Ah, ich sehe es. Nee, doch unten. Ich gehe mal unten rein, ne? Gehe es unten, okay. Vielleicht finden wir es so eher. So. Ah, ich weiß, glaube ich, wo es ist. Und zwar... Hier oben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier. Oh Gott. So, ich habe es. Ist das sehr gut. Mhm. So. Okay, ich komme zu dir. Ja, das ist gut. Du bist im Gebäude, ne? Nein, ich bin draußen. Ich kämpfe gegen so einen komischen Köter, der hier um mich... Oh, ich kriege den nicht tot. Oh. Nee, das war... Wo ist er denn? Ja, der ist schon jetzt tot. Ah, du blutest. Ja, richtig. So, du kannst ja schon mal unser nächstes Ziel klar machen. Mhm. Ich glaube, hier können wir lang. Ah, ja. Ja, das sieht gut aus. Oh nein. So. So eine komische Saat droht. Wo ist die hier? Ach so. Oh, echt übel, diese Viecher. Wo ist die hier? Wo ist die hier? Das ist da, genau. Ja, sehr gute Arbeit. Hm, ich glaube sogar, das ist noch hinter dem Haus, ne? Wie meinst du? Ja, hast recht. Müsste hier in diesem Haus hier sein. Genau. Die Landschaft ist schon echt cool gemacht. Ja, finde ich auch. So. So. Jetzt haben wir das Ziel. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Okay. Ich glaube, ich habe die eben da auch schon wieder schießen gehört. Oh, nee. Ich soll wegbleiben. Ja. Hier lang, oder? War doch richtig. Ja. Ja, ich glaube schon. Geradeaus jetzt, oder? Ja. Oh nein, es gibt ja hier alles Wasser. Ja, ich hasse das. Ich frage mich, wie groß die Maps sind. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Oh ja, die ballern da hinten schon. Ich glaube, die sind jetzt vor uns. Das müssen wir auch passen. Ja, die sind da drinnen. Gucken, ob man einen mal sieht, oder? Scheiße, man ist zu laut mit dem Wasser. Ja. Gehst du oben lang? Ich gehe mal unten lang. Okay. Ich gehe mal gucken. Wir kämpfen gegen so ein Vieh. Oh ja. Ich habe einen erwischt, glaube ich. Ja? Ja. Ich habe eben mal was abgefackelt hier. Ja, ich habe da reingeworfen. Gucken, ist da noch einer? Ich bin mir nicht... Geh jetzt rein. Oh oh. Ziel töten. Ja, wir müssen die... Der ist tot hier. Komm rein. Okay. Jetzt müssen wir gegen das Monster kämpfen. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Oh oh, da ist es. Komm ja. Ist direkt vor mir. Ja. Wie komm ich denn? Wie komm ich denn jetzt rein hier? Ich mach dir auf. Komm rein. Oh, ich bin da. Ah, warte mal, ich bin da. Ach, ich bist du jetzt. Gut. So, wo ist denn das Vieh? Ach, der hier hat ein Sniper-Gewähr, das habe ich jetzt aufgenommen. Oh, cool. Ich glaube, du blutest. Ja, stimmt. Oh oh. Oh Gott. Nein. Kannst du nicht wieder? Ja. Jo. Oh, danke. Ja. Oh, schon wieder tot. Doch, geht, 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 geht. Jo. Oh, sie. Ah. Ist er tot? Ja. Ja. Alter. Das war mal krass. Ich hab jetzt eine Spritze. Ja, ich würd's mir auch mal richtig geben, ey. Ich hab eine. Doch, ich hab eine. Wieso kann ich mir die nicht geben? Oh. Aber bluten tue ich auch. Meuchler wird verbannt, ja. Achso. Warte mal. Ich denk das da einfach. Nein, weg. So, können wir an dem Meuchler jetzt hier noch was machen? Nee, ne? Ah, nee, ich kann nur die Knarre tauschen, wenn ich das wollte. So. Achso, wir müssen jetzt irgendwie warten, ne? Da steht jetzt bei uns auch, Verbannung 18%. Ja. Jetzt müssen wir. Okay. Also, wir müssen jetzt warten. In der Hoffnung, äh, dass das stimmt. Verbannung 26. Und jetzt haben die anderen Zeit, uns hier aufzuspüren, sozusagen, ne? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. So, 35%. Boah, aber ich muss sagen, dieses Scharfschützengewehr ist schon ziemlich scheiße und man sieht auch nichts mit diesem Visier. Ja, das glaube ich, ja. So, das ist 45, 46, 47. Jetzt sind wir bei 50. So, und wenn der verbannt ist, müssten wir ja die Trophäe bekommen, ne? Ja, irgendwie so. Hm. Kann ich den Jäger ausplündern? Komm mal hier ran. Hier, den kannst du mal ausplündern. Und dann kriegt man Kohle und so. Oh. Oh, ich höre schießen. Ja, ich auch. Scheiße. Wann mal, ich versuche mich mal hier hinten in eine Ecke. Okay. Die andere Ecke. Ja. Falls hier einer kommt. Und hattest du was gekriegt von dem, den du ausgeprügt hast? Äh, oh. Vielleicht, ne? Ich weiß nicht. Ich war so... Ja. Oh, eine Brandbombe habe ich gekriegt. So, Verbannung 79. 80. Oh, jetzt habe ich schon wieder wem ballern gehört. Ja, ich auch. 85, 86, 87. 88, 89, 90, 91. Das sieht interessant aus. Oh, ja. 97, 98, 99, Verbannung. Trophäe aufnehmen. So, jetzt kannst du aufnehmen, wenn du sie tragen. Oh, ich kann mal, ich nehme sie mal. So, hat er sie jetzt aufgenommen, ja. Schattenschicht Verstärkung aktiv. Du kannst jetzt feindliche Gegner in deiner Nähe sehen. Och, ich habe die auch aufgenommen. Komisch. Okay. Jetzt? Hm. Jetzt können wir Gegner sehen, ne? Irgendwie, sagte er. Oh, links von uns ist einer. Oh, links von uns ist einer. Oh, ich bin ja dämlich. Ich habe die Falle da aufgestellt und habe mich selbst getraut. Achso, okay. Wie sie jammert, so. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Das weiß ich gar nicht. Einfach das andere Ding jetzt machen? Oh, ich blute fett. Warte mal, ich muss mich kurz verarzten. Hier sind noch andere Rätsel irgendwie, ne? Die noch offen sind. Genau, ich glaube, jetzt müssen wir einfach... Diese Spinne wahrscheinlich, die müssen wir jetzt wahrscheinlich auch noch töten. Hm. Oh. Alter. Alter, der war nicht schlecht. Ich dachte schon, da kam irgendein Gegner oder so. Ich dachte auch, dass irgendwer schießt. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt das Ziel ist. Ich auch nicht. Oh, ich wurde abgeknallt. Scheiße. Von dem 22 wurde ich abgeknallt. Aber wenn du ihn erschießt... Scheiße. Achso. Ich habe ihn aber gesehen. Ich habe auch geballert. Der ist halt ein Scharfschütz... Ne, warte mal. Getötet von einer Windfield. Aus 70 Meter Distanz. Warum habe ich nicht getroffen? Das ist ja wieder... Das ist ja wieder... Das ist ja wieder... Vielen Dank.